hallo ihr wikings und damit richtig herzlich willkommen auf einem großen kanal und zum kleinen fluffen game heute gibt uns aber eine one night at cherry chases ein kleiner teddy bär aber warum wünscht man dann immer diese kleinen bärchen haben die die kleines bär im kopf ganz herzlich ich möchte mich beim pipi bedanken für seine unterstützung und mitgliedschaft auch ihr könnt mich unterstützen wird mich freuen kann jede hilfe gebrauchen zwar ich bin als mitglied auch es gibt ja noch andere wege new game ist noch eine beta version oh ich hab so ein durst leute oh nein party time party all the time bau er nicht bau 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 Ich glaube, er kommt, oder? Das sieht aber ganz anders aus. Kommt einer von links oder von rechts? Eins links, eins rechts, eins fallen lassen! Er steht immer noch da. What the hell? Ist er immer noch da? Natürlich nicht! Wo ist er denn jetzt? What the food? Ich liebe ja solche kleinen Snap-Fan Games, die ziemlich sehr minimalistisch gehalten sind. Weil irgendwie brauche ich das halt zwischendurch. Zwischen den etwas besseren. Ah, er macht ganz viel Spaß! Partytime! Partytime! Er guckt schon, oder? Er ist schon aufm Weg, ne? The cherry cheese! Geh weg, mach ich auch! Es gibt nur einen, wo der rumläuft! Really? Er steht ja immer noch da, der Hump! Aber er könnte ja auch mal rechts kommen, oder? Zwei Uhr! Ah, ich bin schon mal da hier! Ich liebe es! Du, 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 du! Cherry cheese! Cherry, cherry, blee, blee, blee! Oh, yeah! I love it! Hey, looks nice! Nehmen wir uns auch die Spiele, von den ganz kleinen Spielen, die sonst keiner spielt, oder überhaupt ein Video draus macht. Wenn ich mich dann dafür bedanke, dann freut die sich wie ein Schneekönig, weil ich ein Video gemacht habe, oder sowas. Oh, muss er denn ganz jung, oder, kann ich schon sagen, Kindern, hier ein bisschen Freude geben, oder? Böse! Aber er hätte ja auch mal rechts kommen können, ne? Der Kleine! Aber er schmeckt! Und jetzt ist er gleich wieder... Oh, Party! Party! Party time! Nö, 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 nö! Bing! Ich werde gucken hier, wenn er kommt. Ich würde mich ja freuen, wenn er mal rechts kommen würde. Wir haben ja auch zwei Türen, oder? Ich weiß es nicht. Es ist ja One-Night-Game, und er kommt immer nur links. Schade. Und schade, dass es nur einer ist. Und für ein One-Night-Game ist er auch noch ziemlich easy, aber jetzt aber schon vier Uhr. Ne, nicht... wie ist denn der? Die wollen doch mal. Oh-Oh! Oh-Oh! Oh-Oh-Oh-Oh! Kleiner Ousikot, Kleiner Ousikot, Teddy bear. Nudel, nudel, pudel. Das ist ... I love it. Ja, man muss das auch mal spielen. Da zwischendurch. Äußer, ganz geschmeidig. Da weiß man auf jeden Fall, dass sie laufen. Ohne Probleme. Was? Rosty. I'm the Rosty. Nudel. Rosty, frosty. Komm da noch mal. Yo, baby, yo, baby, yo. Warum habe ich eine rechte Tür, wenn da überhaupt gar keiner kommt? Die schöne Bisselle mehr. Oder findet ihr nicht? Ist er jetzt weg? Ja, ja, ist weg. Wo ist er denn hin? Jo, das weiß ich auch nicht. Sag an. Wo gehst du denn hin? Jo, ich geh zurück im Lüden. Und hau mir einen Korn rein. Wie? Mit dem Lüden zusammen? Nein, natürlich nicht. Mit dem Lüden. Nur der Lüden. Heiu. 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 Stray! Baby! Nice! Vielen Dank für das Spiel! Maldito! Portugues, Portugues! Brasil? Ich liebe Brasil! Ich hoffe, dass... Obligado! Senor! Amigo! Muchacho! Wo ist denn? Das war auf jeden Fall One Night at Cherry Cheese! Jesus! Aber es ist ja noch eine Bi-Tour, ne? Oh, Bi-Tour! Ich bedanke mich, dass ihr euch bei euch fürs Zusehen würdet. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf dem Kanal. Bitte bewertet euch das Video, schreibt das in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und falls ihr noch keinen Abbau habt, dann würde aufs Körbchen drücken! Und aufs Körbchen drücken! Ansonsten kann ich euch nur ans Herz legen, bleibt bitte gesund! Und macht doch! Genießt trotzdem die Zeit, oder? Also! Ich kann nicht verzweifeln, meine Güte! Also! Ich bin sehr begeistert und obligado! Auf euren Husten! Ah! Copacabana! Bye-bye! 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 Untertitelung des ZDF, 2020